Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Wie im letzten Stream angekündigt habe, ich 5000 Kristalle bekommen habe, davon 50 Kisten gekauft. 50 von den neuen Winterkisten und der liebe Busch ist als Glücksbringer mit dabei. Hat extra seinen Glücksbusch auf dem Kopf. Natürlich. Und wir schauen direkt mal rein. Wir machen nämlich ausschließlich große Winterkisten auf. 50 an der Zahl. Wir gucken gerade noch mal rein, was es da alles zu gewinnen gibt. Die Kisten ist nämlich wirklich, wirklich fett. Und aus meiner Sicht mit die besten, die es seit längerem gibt. Und woran mache ich das fest? Wir haben hier eine Bonzenklinge drin. Nach der 10. Ziehung wird sie entfernt, aber sie wurde offensichtlich noch nicht 10 Mal gezogen. Wir haben dieses Netherquartz-Ohr. Wir haben diese Winterfarbe. Auch sehr cool. Wir haben dieses Krampus-Kohle mit Fortune 3. Erschaffe Ender-Kristall. 2 Millionen Dollar. 5 Spawner. Ich gehe jetzt gar nicht auf alles genau ein. Es sind auf jeden Fall coole Sachen dabei. Auch hier 8 oder 16 EP-Rahmen. 6 Lucky-Blöcke. Und, und, und. Und selbst wenn wir auf die zweite Seite gehen. Es gibt nichts schlechteres als 5000 Dollar bzw. einen Beacon oder einen Grundstein. Die Tränke kann man auch gebrauchen. Also eigentlich ist alles in der Kiste geil. Und vor allem haben wir nicht, wie bei den Spätherbstkisten da, diese 500 Dollar dabei, die mich immer wahnsinnig gemacht haben, wenn man nur 500 Dollar gezogen hat. Der gesamte Inhalt dieser Kisten geht raus an euch. Das wird in Geschenke packen. Die Geschenke verlosen oder verspielen wir im Stream. Und Busch hat sich als Glücksfilz verkleidet. Extra, extra, damit ihr mehr Glück habt. Ja? Das wird gut. Das wird gut. Und jetzt reicht's. Jetzt machen wir hier auf. Und erste Kiste. Jetzt drückt die Daumen. Das sind schon mal 8 Dragon Eggs drin. Und, 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 und. Und, und, und. Acht Dragon Eggs. Ja. Ja, nice. Geht doch schon gut los. Geht doch schon gut los. Und, was gibt's jetzt? 5000 Dollar. Gut, 5000 Dollar haben wir aber nicht haben. Oh, da wären 16, 16 Grundsteine mit drin. Ne, 1000 Dollar für alle. Yay. Acht, warte mal kurz. Ich hole noch schnell mein Zweit. Habe ich auch schon überlegt, aber nein, nein, nein. Geht auch so. So, alles, was jetzt an, an, äh, Trinkgeldern zurückkommt, geht auch mit mir Verlosen. Und, 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 5000 Dollar Wahlgeld nochmal. Schau, ich würd mir wünschen, dass wir wirklich was Fettes rausziehen. Ja, das wär cool. Also, zum einen wär's natürlich cool, Spawner zu ziehen für die Community-Farm. Auf jeden Fall. Oh, Bedrock. Zweimal Grundstein, genau. Ja. Auf der anderen Seite wär's natürlich für die Leute auch cool, wenn keine Spawner kämen. Ja, alles cool. Ja. Drei Barrieren war auch sehr schön. Ja. Fühlst du den Spirit dieser Kisten? Fühlst du ihn? Es geht, es geht, es geht. 25.000 Dollar. Und? Und? 5000 Dollar. Ja. Wir werden das an der Stelle ein bisschen für euch im Video jetzt beschleunigen, damit ihr nicht ganz so lange warten müsst. Aber wenn was Relevantes gezogen wird, dann zeige ich euch das. Ah, eins vor 205.000 gestoppt, eins vor 205.000 gestoppt. Oh, da sind vier EP-Rahmen mit drin. Das könnte, könnte, nein, 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 leider nicht. Kein Hungerperk, aber den habt ihr schon. Und deswegen haben wir zwei Supreme-Kisten bekommen. Dann machen wir die auch auf, oder? Am Ende. Na klar. Am Ende. Oh, das sind 50 Booster-Tin. Die kann ich euch auch nicht auszahlen, aber die wären natürlich mega. Nein, das hat ein Aufzugspack zwei Jahre. Das hat genau von 50 Booster gehalten. Ah, von den Boostern habt ihr natürlich auch was. Ich mache ja auch ganz oft den Streamfly an und so Sachen. Oh, das sind 16 Stück drin. 16 Barrieren. Ja. Das ist gut, das ist ein schöner Gewinn. Oh, da haben wir Glitzer-Ei drin. Erschaffe Ender-Kristall. Oh, erschaffe Ender-Kristall-Ei. Nein, nein, wir sind drei davor gelandet. Wir sind drei davor gelandet. Das ist das 5 oder 6. Seite mit der Kiste. Erschaffe Ender-Kristall. Ja, das wäre so geil gewesen. Das wäre so geil gewesen. Das ist halt so ein Placen wäre auch richtig geil. Oh, ich habe es rausgebackt. Weg ist es. Usch läuft bei dir. Ja, nee, läuft gerade nicht so. Warte mal, das wäre das 15. Item in der Kiste gewesen. Ah, schade. Das wäre so geil gewesen. Ich hätte es euch auch rausgehauen. Ich hätte es euch gegönnt. Nochmal 8 Barrieren. Wir haben glaube ich 34 Barrieren. Inventar. Claire. Haastleiste. Super Supreme. Nee, nur Supreme. Und? 5.000 Dollar. Und nächste Supreme-Kiste. Go, 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 go. Ah. Zufalls-Mandran-Bodeneffekt. Glas. Hatte ich den schon? Nee, hatte ich noch nicht. Schade, sonst hätten wir noch mal eine Kiste bekommen. So, jetzt müssten alle Kisten weg sein. Jawohl, keine Kisten mehr übrig. So, ihr Lieben. Das ist es. Wir haben 70.901 Dollar gezogen. Und dazu kommt alles, was ich im Inventar habe. 8 Dragon Eggs, 5 Grundsteine, 39 Barrieren, 2 Flugtränke, ein Abbau-Wurftrank, Eisläufer, ein Flug-Wurftrank, 2 Aufzug-Pack, Eisläufer, 5000 für alle, Block, Teleporter, Flammenläufer, Flug-Wurftrank, 24 Biegens, nochmal 19 Biegens, Magischer Lava, einmal 1000, Magischer Wasser, einmal 1000, noch ein Aufzug, Serverkopf, Möbelstock, Möbelmetall, Köpfe, 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 Köpfe. Das ist es. Und das fange ich euch in die Geschenkboxen und bin gespannt, wieso habe ich das Ding auf dem Kopf. Hat das so auf dem Kopf? Ich hatte einen Server-Kopf auf dem Kopf. Ah, okay. Bei mir war es nicht zu sehen. Ah, okay. Dann, ihr Lieben, viel Spaß. Ich fange euch das ein und ihr könnt es bald gewinnen. Haut rein. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020